Ja, hallo ihr Lieben, es ist Herrn Schammer, Pader Eroh, beziehungscoach in Hamburg. Nächste Mal einen Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und genau, Selbstmüchel-Challenge geht wieder los, Manifestations-Challenge geht wieder los. Auch der Zugang zur Einzelberatungsausbildung ist wieder open, geht Ende des Jahres los. Und mein neues Buch blende ich hier auch nochmal ein. Ja, heute haben wir mal wieder eine schöne Datingfrage, wo ein Mann so seinen Datingprozess beschreibt und möchte gerne wissen, ob es da irgendwelche Probleme gab, weil natürlich läuft nicht immer alles super glatt, wie das mit der Polarität ist. Und ja, schöne Mail und wir schauen uns das mal an. Lieber Christian, als langjähriger männlicher Zuschauer deines Kanals, den ich noch weit vor 5000 abonniert habe, gibt es denn eigentlich noch welche hier, die unter den ersten 100 waren? Das würde mich aber interessieren, weil das war tatsächlich ein ganzes Jahr, wo nur bis zu 100 Leute hier waren. Und lese all deine Bücher, schreibe ich dir heute, weil ich eine Frage zu weiblichen Verhalten in der Datingphase habe, von dem ich nicht weiß, wie es einzuordnen ist. Vielleicht kannst du daraus ein Video machen, gerade weil ich es nicht als das standardtoxische Beziehungsthema sehe. Ich bin in den 40ern, lebe seit einem Jahr getrennt von meiner Ex-Frau, mit der ich ein Mädchen habe. Ich habe alle emotionalen Bänder zu ihr getrennt und bin seit Sommer letzten Jahres wieder sehr glücklich. Da ich nicht allein bleibe und mir eine erfüllende Partnerschaft aufbauen möchte, schaue ich nach vorn. Ich habe Bücher über Partnerschaft und Partnersuche gelesen, einen Single-Workshop absolviert. Macht mal lieber meine Kurse. Dating-Workshop, äh, Dating-Kurz, der viele Erkenntnisse über meine Bedürfnisse und meine bisherigen Beziehungen gebracht hat. Naja, umso besser, sodass ich nun weiß, nach welcher Art von Partnerin ich suche. Im April habe ich mein Partnerwahl-Casting auf einer Online-Börse gestartet. Dort habe ich Irinojkova kennengelernt, auch in den 40ern, die ich nach kurzem Schreiben und einmal Telefonieren nach drei Tagen im Real-Life gedated habe. Sie ist in einer ähnlichen Lebenssituation. Wir waren uns sympathisch und haben nach einem längeren Spaziergang noch miteinander zu Abend gegessen. Also nach deiner Definition gleich zwei Dates. Beide verliefen sehr schön. Wir hatten Spaß, hatten auch über einige wichtige Themen wie Herkunft und Beziehungserwartung gesprochen. Haben uns auch schon ein erstes Mal tief in die Augen gesehen, sodass auch die Chemie spürbar war. Auf eine gewisse Einspielung zum Thema Sexualität ist sie nicht eingegangen. Ja, also da bin ich ja ganz klar der Meinung, das spricht man nicht an, das lebt man einfach. Also dann, es kommt halt eins zum anderen und plötzlich ist man in der Kiste, aber ich würde da nicht drüber reden. Meiner Ansicht nach mögen das viele Frauen noch nicht. Im Dating-Bereich, später in einer Beziehung, macht das anders sein. Ist ein bisschen sexy Talk, bestimmt ganz schön mal. Aber das kommt häufig creepy rüber, würde ich nicht machen. Ist sie also nicht eingegangen? Sie hat mir gesagt, dass sie darüber nicht sprechen wollte. Ja, halte ich für normale, ganz normale Reaktion. Würde ich auch nicht machen. Aber ihr könnt ja mal kommentieren, wie ihr das seht. Das Thema war für mich damals okay. Auf dem Rückweg hat sie mir gesagt, dass sie unser Treffen schön fand und sie mich wiedersehen wolle. Also gut, ich hätte sie jetzt nochmal geküsst zum Abschied. Aber gut, das wäre jetzt so, wie ich das machen würde. Wenn jetzt der, also offensichtlich sind ja keine Zeichen, dass sie sich nicht gut findet. Und da, ja, aber gut, mehr dazu in meinen Dating-Kursen. Da kann man, denke ich, eine Menge draus sehen und solchen Sachen. Nachdem ich am späten Abend von diesem Date zu mir nach Hause gefahren war, hat sie mich gleich nochmal angerufen und wollte weiter mit mir telefonieren. Gut, also das ist jetzt vielleicht, ja, also wie gesagt, aus meiner Sicht ist es durchaus in der weiblichen Polarität, sich schnell zu melden. Und auch Kontakt zu suchen. Vielleicht ist es dir jetzt von daher, vielleicht ist es dir einfach ein bisschen viel. Ist auch völlig in Ordnung. Aber es zeigt natürlich einfach Interesse. Muss man schon sagen. Musst du natürlich nicht darauf eingehen. Du kannst auch sagen, du, ich muss jetzt die Welt retten. Lass uns doch gleich ein nächstes Date ausmachen. Ich mache gar nicht so gern telefonieren. Kannst du ja auch ein bisschen steuern. Ich fand das far too much und habe ihr dann gesagt, dass ich jetzt schlafen bzw. noch gern etwas Zeit für mich haben wolle. Ja, wunderbar. Das hat sie dann zwar akzeptiert, aber am nächsten Nachmittag wieder angerufen. Diesmal auf der Fahrt von ihrer Arbeit nach Hause. Ja, gut, ich meine, den finde ich gut. Das ist doch prima. Das ist doch besser als andersrum. Und ja, wenn eine Frau einen mag, dann zeigt sie einem das. Und wie gesagt, aus der Weibchen-Sicht der Weibchen-Folarität ist das auch in Ordnung. Du kannst natürlich sagen, du, ich will jetzt gar nicht so viel quatschen. Lass uns doch sehen. Lass uns doch treffen. Wann hast du Zeit? Du kannst es ja auch ein bisschen lenken. Aber ich finde es jetzt nicht, vielleicht ist es nicht so ein Stil, den du so magst. Aber es ist jetzt nichts falsch dran, finde ich. Ist doch besser als wenn jemand so abgegrenzt ist. Und klar, es kann sein, dass die zweite Idee irgendwann zu plussig oder so. Aber das wird sich dann mit der Zeit zeigen. Wir haben eine Stunde telefoniert. Es macht zwar Spaß und ist auch nett, aber ich hatte den Eindruck, dass sie zu sehr auf dem Gaspedal steht. Ich habe ihr dann auch gesagt, dass ich sie gerne wiedersehen wolle. Wunderbar. Und für das nächste Wochenende, fünf Tage nach dem ersten Date, das zweite Date ausgemacht. Ja, sage ich ja immer, wenn die Frau sich wieder meldet, nächste Date ausmachen. Alles easy. Bis zum zweiten Date hat sie mich jeden Tag angerufen. Ja, wie gesagt, ich habe da nichts. Ich finde es, wenn eine Frau einen mag. Ja, wie gesagt, aus Sicht der Weibchenpolarität ist das in Ordnung. Nur muss natürlich, mein Gott, sie ist jetzt hier nicht deine Freundin. Kannst sagen, du, ich habe nichts zu tun, muss die Welt retten. Keiner Reihenfolger ist krank. Keine Ahnung. Wir sehen uns ja auf dem Date. Ja. Es fühlte sie mich irgendwie schon wie eine Beziehung an, obwohl wir noch in der frühen Datingphase waren und erst zweimal gesehen hatten. Ja, verstehe ich. Aber bist du natürlich nicht, ne? Dadurch hatten wir aber schnell eine gefühlte Nähe, weil wir über viele Themen gesprochen hatten, die zum Kennenlernstatus im Real Life nicht gepasst haben. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt, ist es jetzt nicht toxisch oder so, oder ist es nicht auch. Und, äh, ja. Ihr lernt euch kennen. Und, äh, wie gesagt, bei dem ganzen Mist, den ich sonst immer hier so lese, ist es eigentlich eine relativ normale Geschichte. Ja, sie steht ein bisschen und soll auf dem Gaspedal, aber immerhin, ne? Geht's voran, ne? Ist ja nicht bindungshängselig oder irgendwie sowas. Ähm, das Thema Sexualität war für sie weiterhin tabu. Ja, ich würde da nicht drüber reden. Wie gesagt, das wirkt super creepy häufig, ne? Daten, eskalieren, langsam, ja. Äh, sodass ich langsam die Befürchtung hatte, ob da nicht irgendein Problem lauert. Wir haben uns dann in jeder Woche einmal richtig getroffen, aber die Telefonfrequenz blieb hoch. Das fehlte Date hat sie dann organisiert, weil sie mit mir in meinen Geburtstag hineinfeiern wollte und mich überraschen wollte. Ja, ist doch total cool, ne? Muss man auch mal dankbar für sein, ne? Wenn eine Frau einen so will und ist doch super. Darauf habe ich mich eingelassen. Ich habe sie dann im Verlauf des Abends geküsst, worauf sie gern eingegangen ist. Also ich hätte sie schon längst geküsst, aber mach's vielleicht einen anderen Style. Äh, auch wenn sie sehr zurückhalten blieb und mir Grenzen gezogen hat, indem sie mir zum Beispiel untersagt hat, ohne das T-Shirt zu gehen. Ja, vielleicht machst du ein bisschen zu viel, anstatt dass du sie kommen lässt, sage ich mal so, ne? Soll die Frau ja mal kommen lassen. Aber mein Gott, ja, läuft doch, ne? Trotzdem war es schön. Auf der Rückfahrt vom vierten Date zu ihr nach Hause wollte ich dann wissen, ob wir, wollte sie dann wissen, ob wir im Sommer zusammen Urlaub fahren. Ja, das ist natürlich echt schon sehr plussig, ne? Aber gut, ist jetzt kein Dealbreaker oder so. Mein Gott, ihr lernt euch ja erst kennen, aber offensichtlich finde ich sie nicht gut, ne? Das fand ich wieder irritierend, weil zu früh, und ich habe ihr gesagt, dass ich sie gerne noch einige Wochen näher kennenlernen wolle, bevor ich mit ihr über gemeinsame Urlaubsplanung sprechen wolle. Oh ja, genau richtig, alles gut. Das hat sie akzeptiert, aber begeistert war sie nicht. Unser fünftiges Date bestand aus ihrem ersten Besuch bei mir zu Hause, von Samstag auf Sonntag. Sie hatte im Vorfeld die Befürchtung, dass ich die Erwartung hätte, dass das zu Indoor-Olympics zwischen uns kommen müsse. Und dass sie sich da unter Druck gesetzt fühle. Okay, das finde ich jetzt auch ein bisschen bemerkenswert ist jetzt, weil, mein Gott, das fünfte Date, Übernachtungsdate, was soll da schon passieren, dass man da nicht Halmer spielt, also das kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen, aber, mein Gott. Ich hatte nichts dergleichen erwartet, ich habe ihr dann gesagt, dass es für mich okay wäre, wenn wir uns da Zeit lesen, da ich in früheren Beziehungen einige Male zu schnell zu Sachen gekommen war und im Nachgang festgestellt hatte, dass mir der damit verbundene Hormonrausch die Sicht auf Inkompatibilitäten vernebelt hat, die ich da schon hätte sehen können, die dann aber erst nach 200 Tagen zu Tage traten. Ja, man muss da gar nicht so viel drüber reden, ich würde dann sagen, du, ja, lass uns gucken, wie der Abend läuft, ich würde da so ein bisschen James Bond-mäßig drauf reagieren, also James Bond-mäßig in dem Sinne von, ja, Retou mal wird sowieso passieren, dass wir im Bett landen und also so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, also das natürlich ernst nehmen und trotzdem so denken, ja, ist klar, das sagen alle und dann wissen wir ja, wo das endet, also so eine positive Erwartungshaltung haben, ohne, dass sie natürlich nicht, dass sie sich da irgendwie unter Druck gesetzt fühlen müsste, so, das ist so die Kunst, ne. Aber immerhin hast du sie ja auch nicht unter Druck gesetzt und, aber klar, dass man das jetzt auf dem fünften Date auch mal ausprobieren will, ja, ist ja nur normal, ne, geht ja beim Dating auch, äh, gibt ja auch einen Grund, warum wir daten und es hat natürlich viel mit Körperlichkeit zu tun, ähm, also kam sie am Wochenende zu mir, wir hatten ein schönes Date außerhalb meiner Wohnung, als wir dann bei mir waren, haben wir uns wieder geküsst, dann hat sie mit einem Mal alle Hemmungen fallen lassen, ist extrem leidenschaftlich geworden, ja, guck mal, jetzt, äh, hast du den Schnellbeieffekt ins Laufen gebracht und jetzt kommt sie auf dich so, ist doch super, ne, wollte sie auch mit einmal, äh, die Indoor-Olympics, sie war wieder ausgewechselt, alles lief gut und meine Befürchtung, im sexuellen Bereich, hätte sie irgendwelche Verklemmungen, haben sie die Luft aufgelöst, es war schön, wir haben harmoniert, nun meine Frage, du hast neulich mal gesagt, dass jede gesunde Beziehung am Anfang auch ihre Irritationen hat, wo man nicht sicher sein kann, ob es mit der Beziehung etwas wird, bei diesem Einbeinungsprozess hat mich irritiert, dass sie vom ersten Date dann über die vielen Telefonate bereits eine Verbindlichkeit an den Tag gelegt hat, mein Gott sei doch mal froh, dass Leute auch mal verbindlich sind, äh, die mir für die Frühphase unseres kennenlernst, nicht angemessen erschienen, die Telefonate an sich waren aber schön, auch die Frage nach dem gemeinsamen Urlaub war nicht zu früh, trotzdem haben wir uns noch zweieinhalb Wochen auf dem vierten Date geküsst und auf dem, äh, nach dem sechsten Date erstmal zueinander geschlafen, wie bewertest du dieses Verhalten? Ähm, ist das so pushy, war sie in ihrer wahrlichen Polarität, ich habe mich zumindest am Beginn stärker abgrenzt und weniger Telefonate zulassen sollen, heute denke ich, es hat sich eigentlich auch die ganze Zeit gut angefühlt mit ihr und die Kombination aus Verbindlichkeit und Grenzen, hat mir auch gefallen, also ist doch alles gut, weiter daten, alles prima und gucken, ob sie dir vielleicht zu plussig ist so, ne, aber ansonsten, go for it, enjoy, have fun und wir sehen uns bald wieder.